Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem Folgevideo der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Otto. Heute werden wir das erste Produkt auf dem Marktplatz Otto erstellen und wir werden natürlich eine Testbestellung durchführen, denn die ist essentiell und wichtig, um überhaupt bei Otto verkaufen zu können. Viel Spaß bei diesem Video, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Freunde, wie angesprochen, lass uns mal anschauen, wie wir bei Otto ein Produkt anlegen können und eine Testbestellung durchführen können, um hier eine reibungslose Kaufabwickelung zu gewährleisten. Und falls du neu dabei bist und dich interessieren Themen wie das Verkaufen auf Marktplätzen, aber auch alles rundherum um E-Commerce, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Und falls dir dieses Format gefällt, dann gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch, damit förderst du mich und hilfst weiteren Nutzern, dieses Video zu sehen, um sie gegenseitig zu unterstützen. Ich werde dieses Video in zwei Teile gliedern. Der erste Teil wird sein, das Produkt anzulegen und der zweite Teil, dann schauen wir uns an, wie eine Testbestellung durchgeführt werden kann. Falls du bereits ein Produkt angelegt hast, kannst du den ersten Teil überspringen und direkt zur Testbestellabwickelung rüberschwingen. Und alle Informationen, die ich hier gleich zeige, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung über die Links, über das Helpdesk von Otto, könnt ihr euch selber weiterhelfen, falls ihr hier irgendwas nicht verstanden habt. Klar könnt ihr natürlich auch Kommentare geben und Fragen stellen. Um ein Produkt anzulegen, klicken wir hier auf Produkte und dann klicken wir hier auf ein neues Produkt anlegen, ganz oben in der Zeile. Dann erscheint dieses Fenster, wo wir eine Kategorie wählen. Ihr könnt euer Produktname direkt angeben und dann wird euch verschiedene Kategorien angezeigt. In meinem Fall habe ich mir hier einen Messerblock ausgesucht. Wenn ich hier Messerblock angebe, dann findet er direkt Kategorien und schlägt mir einige Kategorien vor, wie zum Beispiel ein Magnetmesserblock, eine Messerleiste. In meinem Fall ist es ein Messerblock. Und dann klicke ich auf Weiter. Versucht, die Kategorie so gut wie möglich zu wählen. Falls ihr euch unsicher seid, wie gesagt, schaut hier auf dem Marktplatz Otto direkt vorbei und schaut an, wie andere Verkäufer das angelegt haben. Und dann seht ihr schon, in welche Kategorie es am besten passt. Falls eure Kategorie nicht zu finden ist, dann kann es sein, dass diese Kategorie bei Otto noch nicht verfügbar ist. Otto sagt selber die Arbeiten dran und fügen immer mehr Kategorien und mehr ins Katalogsortiment ein. Da müsst ihr euch dann dementsprechend noch ein bisschen gedulden. Klicken wir auf Weiter und dann kommen wir zu den Basisdaten, die wir eingeben können. So, und hier seht ihr schon, die Kategorie wurde festgelegt. Ihr könnt einen Produktnamen angeben, der aber nicht zwingend erforderlich ist. Und dann müsst ihr aber eine Marke auswählen. Wenn euer Produkt bereits eine Marke hat, die auch hier Otto führt, in meinem Fall WMF, dann könnt ihr diese natürlich auswählen und wird vorgewählt. Falls ihr natürlich eine eigene Marke habt und eigene Produkte, dann müsst ihr hier auf Neue Marke klicken und Markennamen und ein Logo könnt ihr hier zur Verfügung stellen. Müsst ihr sogar, wie ich sehe. Alles, was mit so einem roten Sternchen auch für den weiteren Ablauf gekennzeichnet ist, ist ein Pflichtfeld. Dementsprechend müsst ihr das unbedingt angeben. So, das haben wir jetzt ausgewählt. Kommen wir weiter zu dem Reiter Merkmale. Und hier müsst ihr wirklich versuchen, alle Merkmale so gut wie möglich anzugeben, um hier die bestmögliche Suche zu gewährleisten und dem Kunden dementsprechend die beste Information an die Hand geben. So, und als allererstes natürlich eine Produktbeschreibung. Hier habt ihr die Möglichkeit, bis zu 2000 Zeichen zu verwenden. Dann die Bullet Points, was zeichnet das Produkt aus, sodass der Kunde es direkt sieht. Als nächstes habt ihr hier den Mehrwertsteuersatz, der aber schon vorgegeben ist mit 19%, wie wir das schon besprochen haben. So, und dann haben wir den Grundpreis. Das ist auch für viele verschiedene Verkaufseinheiten notwendig. Wir haben hier in dem Falle eine Verkaufsmenge. Dann wählen wir hier ein Stück aus. Ihr seht es hier, verschiedenste Sachen haben wir hier. Und dann suchen wir das hier auch für ein Stück aus. In eurem Fall könnte es natürlich anders sein. Bei Flüssigkeiten müsst ihr dementsprechend dann Liter oder Milliliter und so weiter angeben. So, nächster Punkt ist Logistik. Die Art der Zustellung, Paket. Falls ihr irgendwelche Speditionsware habt bei irgendwelchen Möbelstücken oder so, müsst ihr dann dementsprechend das Ganze auch auswählen. Lieferzeiten. Ein sehr wichtiger Punkt. Bei der Lieferzeit müsst ihr darauf achten, dass ihr eine korrekte Anzahl angebt. Also ihr könnt hier Tage wählen. Ich würde euch empfehlen, zuerst einmal die maximale Lieferzeit anzugeben, wie zum Beispiel drei oder vier Werktage. Falls ihr dennoch später versendet oder das später zugestellt wird, weil danach bemisst sich das Ganze, dann wird sich das hier bei euch in der Analyse, in der Lieferpünktlichkeitsquote sich negativ auswirken. Und bei Otto ist es so, dass ihr 95% Lieferpünktlichkeit einhalten müsst. Das heißt, in 95% der Fällen muss eine pünktliche Lieferung erfolgen, sonst kann sich das hier auf den weiteren Verkauf, auf dem Marktplatz auswirken und zwar negativ. Ihr könnt angeben, maximale Bestellmenge, Anzahl der Packstücke und so weiter. Ihr habt auch die Möglichkeit, verschiedene gesetzliche, relevante Daten anzugeben, dann Merkmale zur Auffindbarkeit. Das ist, wie gesagt, immer besser, wenn ihr alles angebt, so gut wie möglich, aber auch von Produkt zu Produkt individuell hier angezeigt. Wir haben hier Nachhaltigkeitssiegel, die wir festlegen können, zum Beispiel für das Holz im Messerblock. Da bitte nur die Siegel, die wirklich das Produkt beinhaltet und zertifiziert dafür ist, angeben. Wenn ihr irgendwas anderes angebt, ist es natürlich direkt abmahnpflichtig oder abmahnfähig. Passt hier wirklich vorsichtig auf, was ihr hier angebt. Und natürlich weitere Details. Ihr habt ja noch ganz viele verschiedene Sachen, auf die ich jetzt nicht speziell eingehen möchte. Aber, wie gesagt, umso mehr Produktdetails und Merkmale, umso besser. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar der Varianten. Bei der Variante müsst ihr Folgendes beachten. Ihr habt hier eine Produktreferenz, die ihr angebt, zum Beispiel Messerblock 1. Ihr könnt das Ganze aber auch als Nummer wählen und kann maximal 50 Zeichen haben. Diese Produktreferenz zählt als Überbegriff oder Kennzahl für die Variante, für das ganze Paket. Und dann klicken wir hier weiter auf Varianten, Merkmale. Was wollen wir denn für Merkmale haben? Wenn ihr zum Beispiel ein Kleidungsstück habt, müsst ihr nebensprechend Farbe oder Größe auswählen. Das ist auch immer von Produkt zu Produkt individuell hier angeordnet und angezeigt. In meinem Fall sage ich, ich möchte hier die Anzahl der Teile angeben und ich sage, dieser Messerblock hat sieben Teile. Ihr könnt aber auch mehrere Varianten hinzufügen. Vielleicht habt ihr auch einen Messerblock oder bei einem anderen Produkt ist es was anderes. Mit zwölf Teilen. Und dann seht ihr auch hier direkt, er fügt uns die jeweiligen Varianten immer hinzu. Und die Anzahl der Teile hat er schon festgelegt, sieben und zwölf. Als nächstes müssen wir für jede Variante eine eigene Artikelnummer oder SKU auch genannt angeben. Ich werde das Ganze jetzt hier mal aus Vorführzwecken einfach nur mal kurz angeben. So und diese Variante möchte ich dann löschen. Dann kann ich einfach hier wegklicken und dann ist die dementsprechend schon weg. Wichtig ist auch eine ERN-Nummer anzugeben, denn die ist auch verpflichtet hier. Denn wenn das Produkt bei Otto schon gelistet wird, wird es dem jeweiligen Produkt angehängt. Und ihr zählt dann mit unter den Verkäufern für dieses Produkt. Falls nicht, dann wird euer Produkt ganz neu angelegt und ihr seid dann der erste Verkäufer, der dieses Produkt inseriert hat. Ihr habt dann noch die Möglichkeit eine UVP anzugeben. Da seid bitte vorsichtig, weil eine UVP muss auch exakt die UVP sein, die der Hersteller hier vorgibt. Falls ihr irgendeine andere angibt und zu hoch, ist das natürlich auch abmahnfähig, deswegen passt hier auf. Und am Ende VP, der Verkaufspreis, den gibt ihr hier auch an, ist natürlich ein Pflichtfeld. Und dann geht ihr wieder auf Weiter. So bei dem weiteren Schritt, übrigens falls ihr dann irgendwas vergessen habt, wird euch das Rot angezeigt und dann müsst ihr das noch ergänzen. So und am letzten Punkt habt ihr hier die Möglichkeit, Bilder und Dokumente hinzuzufügen. Also ein Hauptbild, gibt so viele Bilder wie möglich an und so ist das natürlich immer besser für den Kunden. So kann er das Produkt besser besichtigen und sehen. Weitere Möglichkeiten habt ihr hier über dieses Feld. Weitere Dokumente, wie zum Beispiel Warnhinweise oder verschiedene andere Sachen, auch wieder produktspezifisch ausgewählt von Otto. Also zum Beispiel in dem Falle Warnhinweise und dann könnt ihr zum Beispiel eine PDF hochladen. Bei einem Möbelstück würde es vielleicht die Aufbauanleitung sein und vieles mehr. Und wenn ihr das dann erstellt habt, drückt ihr auf Freigeben und dann sollte euer Produkt inseriert sein. So und dann sieht das Ganze dementsprechend so aus, dass ihr hier das Produkt suchen könnt und dann habt ihr das Produkt gefunden. Ja, ich habe mein Produkt jetzt hier auf inaktiv gestellt und möchte hier dann dementsprechend zeigen, wie der weitere Ablauf der Testbestellung abläuft. Denn jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Hier zeige ich euch, wie eine Testbestellung durchgeführt werden kann. Ihr müsst das natürlich jetzt selber machen bei eurem Produkt. Solange ihr noch nicht die Testbestellung bestätigt habt und durchgeführt habt, wird euer Produkt auch noch nicht online sein. Ihr könnt hier aber, ihr seht es hier, hier wird es eingeblendet als ein Hyperlink. Und dann klickt ihr da drauf und kommt auf die Seite, wo ihr dann über ein eigenes Otto-Konto eine Testbestellung durchführen könnt. Und zu Vorführzwecken werde ich das natürlich nicht selber machen. Da ich das für meinen Anteil und für mein Konto hier bereits erledigt habe, möchte ich euch das anhand der Beschreibung von Otto im Partner Helpdesk zeigen. Den Link dazu packe ich euch auch in die Videobeschreibung, so könnt ihr das Schritt für Schritt auch für euch nochmal genau nachlesen. Falls da Fragen sind, aber gerne immer die Kontakt- oder die Kommentarfunktion nutzen und hier Fragen stellen. Und ich werde euch versuchen, weiterzuhelfen. So, wie gesagt, ihr könnt das Schritt für Schritt erledigen und dann sollte eigentlich nichts im Wege stehen, dass das Ganze korrekt abläuft, um dann bei Otto korrekt und komplett durchstarten zu können. Ich gehe jetzt auf ein paar Punkte ein, die wichtig sind. Also zuerst einmal die Voraussetzung für eine Testbestellung. Ihr dürft in eurem Otto-Konto nicht die gleiche E-Mail-Adresse verwenden, die ihr bereits bei den Einstellungen in Verkäuferinformationen hinzugefügt habt. Das ist sehr wichtig. Dann ausschließlich echte Daten dürfen bei der Testbestellung durchgeführt werden. Denn eine Testbestellung ist wie eine echte Bestellung und da folgt auch eine korrekte Zahlungsabwicklung durch Otto. So, die Produkte sind korrekt gepflegt. Das bedeutet, das Produkt muss eingepflegt sein. Und das kann funktionieren über eine Schnittstelle oder natürlich auch, wie wir es gerade eben gemacht haben, über Otto direkt selbst. So, und die Bestände sind natürlich auch aufgefüllt. Das heißt, der Bestand hier ist jetzt ausgeblendet, aber würde das Produkt aktiv sein, könnt ihr den Bestand ändern und dementsprechend muss ein Bestand verfügbar sein, um eine Testbestellung durchführen zu können. So, und dann läuft die Testbestellung folgendermaßen ab. Ihr geht, wie gesagt, hier über euer Produkt, klickt da drauf und kommt dann auf die Seite von Otto, direkt auf den Marktplatz Otto. So, des Weiteren müsst ihr dann eure Bestellung in den Warenkorb legen, euch mit eurem Kundenkonto einloggen oder registrieren, neu registrieren eventuell. Und dann könnt ihr hier die Bestellung bestellen. Das bedeutet, ihr müsst dann auch komplette Daten korrekt, wie wir schon gesagt haben, angeben und dann auch bei den Zahlungen folgende Zahlungen auswählen. Am besten Kreditkarte oder Rechnung. Das ist wichtig, weil diese Zahlung wird bei Otto bei der Testbestellung in echt durchgeführt. Dementsprechend habt ihr hier die Möglichkeit, Kreditkarte oder Rechnung auszuwählen. Im besten Fall wählt ihr Rechnung, wenn das für euch verfügbar ist, dann müsst ihr erstmal nichts bezahlen und weil das Produkt am Ende dann doch noch retourniert wird, wird auch keine Zahlung notwendig sein. Wenn eure Kreditkarte belastet wird, ja, dann wird das Geld auch zurückgebucht. Da man als Kunde bei Otto die Möglichkeit hat, innerhalb von 35 Minuten seine Kaufbestätigung oder seine Bestellung zu widerrufen und abzubrechen, müsst ihr dementsprechend 35 Minuten als Testkäufer warten. Wenn ihr beim Auftragsstatus auf angekündigt klickt, seht ihr dann dementsprechend Bestellungen, die angekündigt sind und noch in der Warteschleife sind. Diese 35 Minuten wartet ihr dann ab. Des Weiteren habt ihr dann die Möglichkeit, die Bestellung und müsst auch die Bestellung als versendet kennzeichnen. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr geht wieder zur Bestellübersicht. Ihr klickt hier auf die, wo die 1 gekennzeichnet ist. Dann geht ihr hier bei dem Dropdown-Menü und könnt die Auswahl bearbeiten. Bei dem Bearbeiten klickt ihr dann auf Versenden. Dann kommt dieses Feld hier und wird euch dieses Feld hier eingeblendet und dann könnt ihr hier dementsprechend die Daten vervollständigen und dann die jeweiligen Sendungsnummern der Sendung und der Retore dementsprechend vervollständigen. Anders geht es nicht. Diese müssen auch echt sein. Was ihr nicht müsst, ist die Bestellung versenden. Es ist im Grunde genommen nur als Test und man simuliert es einfach nur, als wenn man die Sendung versendet hat. Dementsprechend versenden müsst ihr es nicht, weil dann würdet ihr das Paket ja selber bekommen und diese Kosten müssen nicht sein. So, und solange ein Paket zumindest bei DHL nicht versendet wurde, wird auch euch keine Sendungskosten berechnet. So, des Weiteren müsst ihr dann einen Tag abwarten und am Folgetag habt ihr die Möglichkeit, diese Testbestellung auch dann zu retournieren. So, dazu geht ihr dann hier auf Bestellungen, versendete Bestellungen und dann habt ihr hier die Möglichkeit, am Folgetag die jeweilige Testbestellung einmal anzuklicken und dann wieder über dieses Dropdown-Menü habt ihr die Möglichkeit, eine Retoure bearbeiten. Wenn ihr das dann anklickt, blendet sich folgendes Fenster ein und zwar habt ihr die Möglichkeit, die Retoure zu akzeptieren oder abzulehnen. In eurem Fall solltet ihr sie akzeptieren und dann könnt ihr die Retoure bearbeiten. So, und dann ist es normalerweise so, dass dann recht zügig die Retoure von Otto durchgeführt wird und zugelassen wird und dann habt ihr eure Testbestellung durchgeführt. So, und falls ihr das Ganze dann durchgeführt habt, sieht euer Konto dementsprechend dann so aus. Das Ganze oben ist verschwunden und alle Einstellungen sind getroffen und durchgeführt. Jetzt könnt ihr alle eure Produkte inserieren und auf dem Marktplatz richtig durchstarten. Falls noch Fragen sind, gerne die Kommentarfunktion nutzen, ansonsten alle Informationen stehen unten in der Videobeschreibung. Falls dir das Video geholfen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, damit es auch andere erreicht. Und falls du mehr sehen möchtest, im Folgevideo werde ich euch das Dashboard zeigen und meinen Umsatz, den ich hier auf Otto erwirtschafte. Dementsprechend, um das nicht zu verpassen, abonniere den Kanal und so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand und verpasst kein weiteres Video mehr. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.